Okay, wunderbar. Liebe Trader, schönen guten Abend. Mein Name ist Christoph Radecker. Ich bin von Lineatrader, bin verantwortlich im deutschsprachigen Raum für die Entwicklung, Geschäftsentwicklung, bin natürlich auch mit ziemlich allen unseren Kunden in Kontakt. Wir haben in der Vergangenheit einige Webinare gestaltet oder wir hatten einige Webinare mit CapTrader-FXFlat zusammen. Das ist eine schöne Verbindung, man versteht sich auch gut und aus diesem Grund dachten wir, wir gehen dieses Thema heute nochmal wirklich frisch an mit Rückenwind und mit Elan und gehen das wirklich von der Pike an. Ich dachte mir, ich hole mir wirklich auch einen Spezialisten an meiner Seite, einen deutschsprachigen Spezialisten, der euch oder durch dieses Thema eben führt und das ist der Dr. Daniel Sinnig. Der wird sich dann auch noch mal vorstellen. Der wird euch hier an die Hand nehmen, weil es eben doch einige Themen gibt, die mit Interactive Brokers und Lineatrader nicht so einfach sind. Man erlebt das oder ich habe das Thema häufig und wir möchten das heute, wie gesagt, von Grund auf mal besprechen, welchen Datenfeed brauche ich, wie verbinde ich denn den Lineatrader an Interactive Brokers Schrägstrich CapTrader, welchen Datenfeed muss ich denn bei Interactive Brokers eben buchen, damit das Ganze dann funktioniert. Wir dachten uns, wir gehen das heute eben detailliert und in Ruhe miteinander durch. Ihr werdet neben der Präsentation auch im Anschluss die Möglichkeit haben, auch ein PDF dazu zu erhalten. Einfach, wenn man hier mal nachschlagen möchte, dass man das eben immer wieder mal sich zu Gemüte führen kann. Ja, eben welche Daten man braucht, wie denn das Ganze funktioniert. Wir starten hier eine Serie der Webinare mit dem Dr. Daniel Sinnig. Alle drei Wochen wird er sich ein neues Thema vornehmen. Er wird euch später dazu auch noch weit mehr sagen und wird euch eben dann auch die nächsten Wochen begleiten. Ich werde natürlich dabei sein, wenn ihr Fragen habt, werde ich natürlich dann auch euch Rede und Antwort stehen. Und ja, ich möchte jetzt hier nicht weiter euch auf die Probe stellen, sondern ich möchte euch jetzt eben auch gleich den Dr. Daniel Sinnig vorstellen. Daniel, kannst du mich hören? Den Screen hast du schon übertragen, sehe ich gerade. Ja, Christoph, ich höre dich. Hallo alle zusammen. Schönen guten Abend auch von mir. Genau. Dann übergebe ich jetzt an dich zur Info. Der Dr. Daniel Sinnig, der ist in Montreal und der wird euch jetzt eben durch das Webinar führen. Auf die Fragen gehen wir natürlich ein. Tippt die bitte ein und sonst viel Spaß. Und bis dann. Tschüss. Ja, also hallo nochmal von meiner Seite aus Montreal in einer sehr schönen Stadt, in der ich mittlerweile schon seit über 20 Jahren meinen Lebensmittelpunkt habe und hier meinen Beruf aufgebaut habe. Ich habe lange Zeit als Software Engineer studiert und promoviert an den Unis hier und danach auch als Dozent im Bereich Software Engineering gelehrt. Nach meiner Dozententätigkeit war ich langjährig als Berater an verschiedenen Großbanken tätig, zum Beispiel auch Morgan Stanley in verschiedenen Kapazitäten, habe mich danach aber selbstständig gemacht und mich auf die Entwicklung von automatischen Handelssystemen spezialisiert, zum Beispiel für Ninja Trader, aber auch für andere Plattformen, wie zum Beispiel TradeStation. Ich habe relativ oft als Redner, meist auf Englisch, auf Konferenzen und Seminaren zu tun gehabt oder verschiedene Gebiete, wie zum Beispiel die Entwicklung von Handelssystemen, das Backtesting von solchen Systemen, aber auch die Entwicklung von Dashboards und anderen Trading Solutions. Hier in Kanada bin ich Managing Partner von verschiedenen Trading Firmen, wie zum Beispiel Black Cherry Invest, die auch dieses Event hier sponsort, aber auch tradingindicators.com und tradingdashboards.com. So, soweit zu mir. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis. Ich wohne in Kanada und dieses Foto haben wir letzten Samstag aufgenommen. Meine Kollegin hat es aufgenommen, als sie gerade in Calgary gelandet ist. Also, das Wintereinbrüche können auch Ende April durchaus noch vorkommen. Gut, soweit dazu. Jetzt zum eigentlichen Thema dieses Webinars und gucken wir uns mal die Themen an, die wir durchgehen möchten. Als allererstes möchte ich mit Ihnen besprechen, welchen Datenzugang Sie brauchen, um jetzt Ninja Trader, Cap Trader und Interactive Brokers miteinander zu verknüpfen. Und dann gucken wir uns an, wie man Ninja Trader mit Cap Trader an sich verknüpft. Dann gucken wir uns das Handeln mit dem Ninja Trader an. Abschließend gucken wir uns dann auch die Portfolio Analyse an mit einem Tool, das dazu geeignet ist, das heißt Trust Folio. Und im Anschluss oder zum Abschluss besprechen wir die Themen, die wir in den nächsten Wochen durchgehen werden. Und ich werde Sie dann auch um Ihr Feedback bitten, welche Themen Sie gerne behandelt haben möchten. Gut, also zum ersten Thema, der Einrichtung des Datenzuganges. Jeder, der sich schon mal mit Interactive Brokers befasst hat, der kann bestätigen, dass das Interface, das ist die Benutzeroberfläche des Interactive Brokers Kundenzuganges, das recht gewöhnungsbedürftig ist und manche Funktionen darin relativ schwierig zu finden sind. Und meiner Meinung nach ist auch das Datenabbau, die richtigen Datenabos zu finden, relativ kompliziert in Interactive Brokers. So, aber am besten gehen wir das gemeinsam durch. Den ersten Schritt, den man dazu angehen muss, ist, dass sich in die Kundenverwaltung einzuloggen. Ich habe hier diesen Link in die Präsentation geschrieben. Sobald Sie auf diesen Link klicken, öffnet sich das Kundencenter. Ich ziehe das mal ganz kurz hier rauf. Und hier haben Sie die Möglichkeit, sich anzumelden. Und bei der Anmeldung nehmen Sie die Option der Kunden der Kontoverwaltung. So, in dieser Kontoverwaltung für diesen Login ist es wichtig, dass Sie den Live-Account auswählen und nicht den Demo-Account oder das Paper-Trading-Account. Live-Account, dann melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an, wie zum Beispiel hier. In meinem Fall muss ich noch meinen speziellen Code eingeben. Eine Sekunde. Ja, und sobald das dann korrekt war, komme ich dann in die Kundenverwaltung hinein. Und das ist Ihr Startbildschirm, den Sie dort sehen. Um sich, um sich Ihren Daten-Abo zu abonnieren, gehen Sie auf das Hauptmenü, links oben, zu den Einstellungen. Und das Daten-Abo befindet sich unter den Benutzereinstellungen. Das ist etwas gewöhnungsbedürftig. Man möchte denken, dass sich das unter den Kontoeinstellungen befindet. Der Grund, warum das unter den Benutzereinstellungen ist, hat damit zu tun, dass man pro Konto mehrere Benutzer einrichten kann, die auch alle unterschiedliche Daten-Abos haben können. Deswegen befindet sich diese Option unter den Benutzereinstellungen. In diesen Einstellungen gehen Sie dann auf Marktdaten-Abonnements und auf dieses kleine Rädchen hier konfigurieren. So, hier sehen Sie dann alle Abos, die Sie zurzeit schon abonniert haben. In meinem Fall sind es relativ viele. In Ihrem Fall werden es wahrscheinlich weniger sein. Um jetzt ein Abo hinzuzufügen, klicken Sie auf das Rädchen hier oben. Konfigurieren. Und es öffnet dann den Bildschirm aus mit den Daten-Abos, die zur Verfügung stehen. Ich habe für Sie schon mal vorbereitet, welche Abos für Sie am wahrscheinlichsten zutreffen werden. Ich gehe mal kurz auf diese Seite. So, wenn Sie US-Futures oder US-Aktien handeln, dann sind diese beiden Daten-Abos die gängigsten, die Sie brauchen werden. Einmal dieses US-Security-Snapshot-and-Futures-Value-Bundle, das 10 US-Dollar im Monat kostet. Das ist notwendig. Und dazu noch dieses US-Equity-Options-and-Add-on-Streaming-Bundle. Beide sind zusammen notwendig, um diese Daten-Abos zu bekommen. Also einzeln wird das nicht funktionieren. Die müssen beide zusammen abonniert werden. Die 10 Dollar im Monat für das US-Securities-Bundle kriegt man zurückerstattet, sobald man mehr als 30 Dollar oder mehr Commissions im Monat erreicht. Dann zahlt man diese 10 Dollar überhaupt nicht. Wichtig ist noch, dass diese Kosten monatlich sind. Und sollten in Ihrem Konto nicht genügend Geld vorhanden sein, um diese Abos zu bezahlen, kann es sogar sein, dass Interactive Brokers ihre Position zumacht, um diese Abos bezahlen zu können. Also nicht nur diese beiden Abos. Das gilt für alle Abos, die in Interactive Brokers zur Verfügung stehen. Gut, wenn Sie deutsche Aktien handeln wollen, zum Beispiel Aktien, die auf der deutschen Börse gehandelt werden, dann müssten Sie dieses Abo abonnieren. Das ist etwas teuer. Das kostet 16,25 Euro im Monat. Für Aktien, die an der Frankfurter Börse gehandelt werden. Es gibt auch noch ein Spezial-Abo für Aktien, die an der Stuttgarter Börse gehandelt werden. Das finden Sie auch in der gleichen Spalte wie dieses. Wenn Sie deutsche Futures handeln wollen, zum Beispiel die DAX Futures, dann ist das RxCore Daten-Abo für Sie das richtige Abo. Gut. Ich denke, damit sind Sie wahrscheinlich schon relativ gut bedient. Sollten Sie jedoch Daten brauchen, die von keinem dieser Abos ausgefüllt werden, dann müssen Sie sich das Abo selbst raussuchen. Ich werde jetzt Ihnen zeigen, wie man das macht. Über diesen Markt-Daten-Assistenten. Gut. Zum Beispiel nehmen wir das Beispiel von Airbus. Airbus wird nicht an der deutschen Börse gehandelt. Es ist auch keine US-Aktie. Und fällt daher nicht in eines dieser Abos rein. Wie finde ich jetzt heraus, welches Abo ich für Airbus zum Beispiel brauche? Dafür gehen Sie zurück in die Kundenverwaltung und tippen erst mal zunächst in der Symbol-Suche hier oben Airbus ein, um das Symbol herauszusuchen. Und drücken Enter. Ja. Suchen Sie sich die richtige Airbus-Aktie aus, diese hier. Und dann notieren Sie sich, an welcher Börse diese Aktie gehandelt wird. Sagen wir mal Airbus, das Symbol ist AIR und die Börse ist SBF in Paris. Okay. Das notieren Sie sich bitte. Ja. Das merken Sie sich. Dann gehen Sie über das Hauptmenü auf Hilfe und öffnen den Markt-Daten-Assistenten. Das dauert jetzt ein bisschen. Dann gehen Sie hier zum Markt-Daten-Assistenten. Und geben dann dieses Symbol von Airbus ein. Ja. Und die Börse. SBF. Und drücken auf Search. Und dann wird Ihnen der Markt-Daten-Assistenten die Abos vorschlagen, die notwendig sind, um dieses Symbol zu bekommen. In diesem Fall wäre es dieses erste hier, dieses UREX Core NDS-Abo für non-professionelle Trader. Gut. Soviel dazu. Vielleicht noch eine Anmerkung. Was ist überhaupt der Unterschied zwischen professionellen Nutzern und nicht-professionellen Nutzern? Und ich gebe Ihnen hier mal eine Richtung vor. Nicht-professionelle Nutzer sind auf jeden Fall immer Einzelpersonen. Das dürfen keine Firmen sein. Das müssen Einzelpersonen sein, die nicht als Finanzberater arbeiten, die nicht an einer Wertpapieragentur angestellt sind oder sonst auch nicht im Finanz- und Dienstleistungsgewerbe involviert sind. In diesem Fall sind Sie als nicht-professionelle Nutzer klassifiziert und haben dadurch Zugang zu etwas günstigeren Konditionen, wenn es dazu kommt, Datenabos zu bekommen. Sie sind ein professioneller Nutzer, wenn Sie zum Beispiel eine Firma sind. Also jede Firma gilt als professioneller Nutzer oder eine Einzelperson, die die oben, die hier genannten Kriterien nicht erfüllt. Es gibt natürlich immer Ausnahmen und Sonderfälle und diese findet man unter diesem Link hier. Das können Sie sich dann mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber ich denke mal, diese Kriterien hier gelten für 99% der Fälle. Okay, im Zweifelsfall, falls Sie nicht wissen sollten, welches Abo für Sie das richtige ist oder ob Sie nun professionelle Nutzer sind oder nicht professionelle Nutzer, dann können Sie immer den CapTrader Support kontaktieren über diese Adresse. Gut, sobald Sie dann Ihr Datenabo haben, wäre es ratsam, es auch zu testen. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man das über das Web testen kann, ob Sie auch ein richtiges Live-Abo für Ihre Symbole, für Ihre Handelssymbole haben. Gut, so dafür gehen wir zurück in das Kundencenter, in die Kundenverwaltung und wieder über diese Symbolsuche hier oben suchen Sie sich ein Symbol heraus, für das Sie ein Abo jetzt haben müssten, für das Sie Daten bekommen müssten. In meinem Fall, ich habe zum Beispiel die US-Aktien abonniert, gebe ich mal IBM ein als Aktie. Dann werden die Daten zu IBM aufgerufen und man weiß, ob man ein Live-Abo für dieses Symbol hat, wenn sich diese Daten hier ändern, sobald der Markt noch offen ist. Sie sehen hier, ändern sich diese Daten vom Ask- und Bid-Preis oder auch der eigentliche Aktienpreis ändert sich fortlaufend. Das bedeutet, dass man Live-Daten für dieses Symbol hat. Wenn ich zum Beispiel Airbus eingebe, für das ich keine Live-Daten habe, werden Sie sehen, dass sich diese Werte nicht aktualisieren, und die da einfach stehen. Und also weiß man, dass man dafür keine Live-Daten zur Verfügung hat und dass man dazu das Abo nicht hat. Gut. So, zurück zum Thema. Wenn Sie Ihre Daten getestet haben, das haben Sie jetzt über Ihren Live-Account-Login gemacht, ist es auch noch wichtig, dass Sie diese Market-Daten für Ihr Paper-Trading-Konto aktivieren. Ansonsten, wenn das nicht der Fall ist und Sie zum Beispiel eine Strategie erst mal ausprobieren wollen auf Ihrem Demo-Konto oder vielleicht mal erst mal sich an das Handeln gewöhnen wollen, ohne dabei Geld auszugeben, hätten Sie dafür keine Live-Daten. Also müssen Sie erst mal diese Live-Daten, die Sie jetzt abonniert haben, für Ihr Paper-Trading-Konto freischalten. Und das geht auch über das Kundencenter. Es geht über das Kundencenter, indem Sie über das Menü zu den Einstellungen und Kontoeinstellungen gehen. Ich mache Ihnen das mal vor. Über das Hauptmenü wieder gehen Sie zu diesen Einstellungen. In dem Fall zu den Kontoeinstellungen, nicht die Benutzereinstellungen. Und dann auf der rechten Seite finden Sie die Option, Ihr Paper-Trading-Konto zu konfigurieren. Das hier. Und in dem Fall müssen diesen Hebel hier Echtzeit-Market-Daten-Abonnements mit Paper-Trading-Konto teilen, auf Ja setzen. Wenn das der Fall ist, dann hat auch Ihr Paper-Trading-Konto Zugriff zu den Live-Daten, die Sie jetzt gerade abonniert haben. Und dann speichern Sie das Ganze. Gut. Gibt es Fragen soweit? Okay, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir uns gleich an das nächste Thema reinmachen. Wie man jetzt Ninja-Trader mit Cap-Trader verknüpft. Ihre Live-Daten haben Sie jetzt abonniert. Jetzt geht es darum, Ninja-Trader zu konfigurieren. Okay. Um Ninja-Trader mit Cap-Trader zu verbinden, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man installiert die Interactive Brokers Trading Workstation oder TWS genannt. Oder man nimmt den Interactive Brokers Gateway. Beide Möglichkeiten haben Ihre Vor- und Nachteile. Und ich werde Ihnen das nachher nochmal schildern, in welchem Fall Sie welche Möglichkeiten nehmen sollten. Aber wir fangen erst mal mit der ersten Möglichkeit an, der Anbindung an das Interactive Brokers TWS. Okay. Als ersten Schritt müssen Sie die Traders Workstation herunterladen und installieren. Dazu nehmen Sie bitte diesen Link hier. Der verweist auf eine spezielle Version der Trading Workstation hin, die für Ninja-Trader optimiert ist. Wenn Sie einfach nur Trading Workstation im Internet suchen, wird dieser Link nicht gefunden werden, wenn Sie diesen generellen Download-Link dafür finden, der aber nicht darauf optimiert ist. Also stellen Sie sich sicher, dass Sie wirklich diesen Link dazu nehmen. Sobald es installiert ist, geht es darum, sich in die TWS einzuloggen. Aber bevor Sie das tun, ist es wirklich wichtig, dass Sie sofort aus der Kundenverwaltung, aus der Web-Kundenverwaltung ausloggen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, werden Sie keinen Zugang zu Ihren Live-Daten haben, weil man nur auf einem Konto zur gleichen Zeit eingeloggt werden kann. Also entweder in der TWS oder im Web oder im Gateway, aber niemals gleichzeitig. Das werde ich jetzt erstmal tun. Ich gehe zurück zu meiner Kundenverwaltung und logge mich aus. Gut. Als nächsten Schritt starte ich jetzt die TWS Traders Workstation. Ich ziehe die mal ganz kurz hier rüber. So. Das ist die Traders Workstation und hier gibt es zwei Ansichten, wie man diese Traders Workstation laufen lassen kann. Entweder im alten, klassischen Modus. Das ist mein Default, mein schneidenden Modus, weil ich mich daran mehr gewöhnt habe. Oder im neueren Mosaik-Modus. Von der Funktionalität sind beide Modi äquivalent, aber die Benutzeroberfläche hier ist etwas anders in beiden Modi. Und über dieses Tab können Sie einfach hin und her schalten. So. Um jetzt die Traders Workstation zu konfigurieren, damit sie mit Ninja Trader läuft, ich muss kurz mal zurück auf meine Slides, gehen Sie zunächst im klassischen Modus unter Hauptmenü auf Global Configuration oder im Mosaik-Modus unter File auf Global Configuration. Ja, ich mache das mal Ihnen kurz vor. So, zurück hier. Das ist der klassische Modus. Hier gehen Sie auf Edit und dann Global Configuration oder im Mosaik-Modus würden Sie unter File auch auf Global Configuration gehen. Ja, in beiden Modi ist der Dialog, der danach aufgeöffnet wird, identisch. Ja, bloß wie man diesen Dialog aufruft, ist etwas anders in beiden Modi. Innerhalb dieses Dialoges gehen Sie dann auf API und innerhalb von API auf Settings. So, hier müssen Sie eine ganze Reihe von Optionen aktivieren. Die erste Option ist Enable ActiveX Sockets and Client. Das muss aktiviert sein. Die Read-Only API-Option muss deaktiviert sein. Wenn diese Option nicht deaktiviert ist, heißt es, dass man nur Market-Daten auslesen kann mit dem Ninja Trader, aber selbst keine Trades initiieren darf. Ja, man darf praktisch nur lesen, aber nichts ändern. Das ist also die Read-Only-Option muss deaktiviert sein. Als dritte Option notieren Sie sich bitte die Socket-Port-Nummer. Diese Nummer muss nachher in die Ninja Trader eingegeben werden. Ja, also drei Stichpunkte zu merken. Einmal Enable ActiveX and Socket Clients. Read-Only-API muss nicht aktiviert sein und die Socket-Port-Nummer müssen Sie sich merken. Gut, dann sagen Sie OK und lassen jetzt auf jeden Fall die Traders Workstation geöffnet. Ja, ist auch ganz wichtig. Die Traders Workstation muss zur gleichen Zeit wie Ihr Ninja Trader geöffnet sein. So, ich lasse die jetzt mal ganz offen und ziehe die einfach nochmal rüber. Okay, und als nächstes mache ich jetzt den Ninja Trader auf. So, im Ninja Trader, eine Sekunde, wenn Sie Ninja Trader starten, startet zunächst das Kontrollzentrum. und in diesem Kontrollzentrum ist es möglich, Ihre Datenverbindung oder Ihre Brokerverbindung zu konfigurieren. Das macht man über diesen Menüpunkt Verbindungen. Ja, dann gehen Sie hier unten auf Konfigurieren. Um jetzt eine neue Verbindung zu erstellen, gucken Sie einfach unter diesen verfügbaren Verbindungstypen nach und suchen sich Interactive Brokers heraus. Ja, das ist die einzige Verbindung, die in unserem Fall zur Debatte steht. Sie klicken drauf und dann auf Hinzufügen. Dann können Sie dieser Verbindung einen Namen geben, zum Beispiel CapTrader TWS. Den Namen können Sie frei wählen. Sie können festlegen, ob diese Verbindung am Start vom Ninja Trader geöffnet werden soll. Ich sage mal ja. Nutzername und Passwort lassen Sie leer, da die Anmeldung zu Ihrem Konto ja schon über die TWS erfolgt ist. Das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Wenn Sie sich in die TWS mit Ihrem Live-Konto Namen einloggen, dann werden Sie auch immer über Ninja Trader auf diesem Live-Konto handeln. Wenn Sie sich über Ihr Demo-Konto einloggen, wird Ihr Demo-Konto benutzt. Es sieht immer drauf an, welches Konto Sie beim Login in die TWS verwenden. Genau die Verbindung wird dann auch vom Ninja Trader genutzt werden. Gut. So, dann legen Sie hier fest, ich möchte mich über die TWS verbinden. Okay, und dann geben Sie hier diesen Port ein. So, unser Port war 7497, wenn ich mich nicht irre. Ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück in die TWS, um das zu überprüfen. Mal ganz kurz auf File, Global Configuration. Nur um sicherzustellen, ja, unser Port war 7497. Und diese Nummer muss auch mit der Nummer im Ninja Trader übereinstimmen. So, jetzt zurück im Ninja. Ups. Ja. Gehen wir hier 7497 an. Wir aktivieren SSL für eine sichere Verbindung und sagen okay. So. Sobald das getan ist, erscheint diese Verbindung jetzt in Ihrer Liste der Verbindungen und der Verbindungen. Und wir haben hier CapTrader TWS. Wenn alles geklappt hat und Sie jetzt auf diese Verbindung klicken, müsste dieser Kreis hier grün werden. Und das heißt, dass Sie jetzt mit Interactive Brokers verbunden sind. Ja, super. Okay. Soweit zur Verbindung mit der TWS. Ups. Ja, diese Meldungen treten bei mir auf, weil ich noch Daten im Ninja benutze, die ich jetzt, für die ich unter Interactive Brokers kein Abo habe. Aber Ihnen sollten diese Meldungen nicht auftreten. Gut. So. Wir haben uns also mit der TWS mit Ninja Trader verbunden. Das ist eine Möglichkeit, sich mit CapTrader zu verbinden. Die zweite Möglichkeit ist, den Interactive Brokers Gateway zu benutzen. Wie macht man das? So. Die Schritte sind eigentlich sehr ähnlich. Als ersten Schritt laden Sie sich den Gateway von diesem Link herunter. Wie schon bei der TWS ist es wichtig, dass Sie diesen Link hier verwenden, weil es eine für CapTrader optimierte Version des Gateways ist. Wenn Sie sich dann in Ihren Gateway einloggen, wie schon vor, stellen Sie sicher, dass Sie aus der Kundenverwaltung im Web ausgeloggt sind. Und wenn Sie sich einloggen, stellen Sie auch sicher, dass diese IB API Option ausgewählt ist. Wichtig ist auch, dass nicht beide zur gleichen Zeit laufen sollen, also die Traders Workstation oder der Gateway. Entweder die Traders Workstation oder der Gateway, aber nicht beide zusammen. Gut. Im Gateway selbst klicken Sie dann im Hauptmenü auf Settings. Der Settings Dialog sieht dann ähnlich aus, wie auch der Dialog in der Traders Workstation. Wie gesagt, es ist hier auch wichtig, wie diese Read-Only Option nicht anzuklicken und dass Sie sich diese Portnummer merken. In diesem Fall ist der Standardport 4002. Den können Sie aber ändern. Sollte dieser Port auf Ihrem Computer schon besetzt sein, können Sie hier durchaus auch eine andere Portnummer eingeben, solange die Nummer mit der Portnummer im Ninja Trader übereinstimmt. Dann klicken Sie auf OK und Ihr Gateway ist für Ninja Trader konfiguriert. Dann gehen Sie zurück zu Ninja Trader. Wieder im Kontrollzentrum auf Verbindungen konfigurieren. Sie erstellen eine neuere Interactive Brokers Verbindung. Diese würde ich entweder Interactive Brokers Gateway oder CapTrader Gateway nennen. Sie selektieren Gateway als Verbindungstypen und Sie geben diese Portnummer ein, die wir auch im Gateway hatten. 4001. War das 4001? Gucken wir mal ganz kurz. Ne, 4002. Das ist ein Bug im Screenshot. Also hier müssen Sie 4002 eingeben. Wichtig ist, dass diese Nummer mit der Nummer im Gateway übereinstimmt. Und sobald es dann funktioniert hat, können Sie auf diese IB Gateway Verbindung klicken. Wenn alles klappt, wird dieser Knopf hier unten grün aufleuchten und Ihnen anzeigen, dass Sie jetzt eine Live-Verbindung zu Interactive Brokers und CapTrader haben. Gut. In welchen Fällen sollten Sie zwischen der TWS und der Gateway unterscheiden? Ich habe Ihnen hier eine Zusammenfassung aufgeschrieben. Also in der TWS haben Sie die Möglichkeit einer grafischen Nutzeroberfläche. Ich ziehe das mal ganz kurz herein. Sie können zum Beispiel sich in der TWS Ihre Position anzeigen lassen. Sie können eine Chart öffnen mit Ihren Symbolen. Sie können sich anzeigen lassen, welche Orders zur Zeit gerade zur Verfügung stehen und so weiter. Also das ist einer der Vorteile dieser TWS. Der große Nachteil dieser TWS aber ist, dass sie sehr, sehr langsam ist. Sie ist sehr ressourcenverzerrend. Sie sehen das schon wenigstens, wenn ich das hier hin und her ziehe, dauert das wirklich sehr, sehr lange und das wird Ihren Computer ziemlich belasten. Ein anderer Nachteil ist, dass sich die TWS automatisch alle 24 Stunden ausloggt. Das mag auf den ersten Blick nicht schlimm sein, ist aber, wenn man bedenkt, dass man manchmal auch automatische Handelssysteme über seinen Ninja Trier laufen lassen hat, ziemlich problematisch. Weil diese Handelssysteme werden dann nach 24 Stunden jeweils offline gehen. Da müsste man sich erst wieder zunächst in die TWS neu einloggen, damit diese Handelssysteme ihre Arbeit wieder aufnehmen können, was sehr, sehr umständlich ist und was dazu führen kann, dass manchmal Trades verpasst werden oder Orders nicht ausgeführt werden und so weiter. Diesen Nachteil hat man im Gateway nicht. Im Gateway gibt es keinen automatischen, täglichen Lockout. Der Gateway ist wesentlich schlanker, lädt sich viel schneller hoch, er braucht weniger Ressourcen, was aber zum Nachteil hat, dass man keine grafische Benutzeroberfläche hat, dass man sich keine Trades anzeigen lassen kann, man kann sich auch keine Orders anzeigen lassen und im Notfall kann man auch nicht manuell eingreifen. Zum Beispiel kann es sein, dass ich über den Ninja einen Auftrag abgeschickt haben, der aber nicht ausgeführt werden konnte, weil zum Beispiel der Markt geschlossen ist. Den kriegt mir der Ninja dann gar nicht mehr so einfach gelöscht. Am einfachsten wäre es dann, diesen Auftrag manuell mit Hilfe der TWS aus seinem Konto zu löschen. Anders geht mit der TWS, würde mit dem Gateway aber nicht gehen. Gibt es Fragen dazu? Ich habe eine Frage, ehrlich gesagt. Daniel, was würdest du jetzt bevorzugen? weil TWS hat Charting, sage ich mal, aber das Gateway erscheint natürlich für den automatischen Handeln einfach besser zu sein, aber im Grunde, wenn ich das so raushöre, muss man eigentlich beide Lösungen können, gehe ich davon aus, oder? Ja, was sie beide kennen, ich persönlich bevorzuge den Gateway, weil ich mache mein Charting mit Ninja, was von der Charting-Möglichkeit wesentlich einfacher zu bedienen ist, wesentlich schöner ist und es ist auch nicht so ressourceverzehrend und natürlich dann, ich bin hauptsächlich automatischer Trader, dieser automatische Lockout nach 24 Stunden ist für mich ein großes Nolo. habe ich gesagt, man muss beides können, ich logge mich zum Beispiel manchmal in die TWS ein, um manuell meine Aufträge zu löschen, oder mal zu überprüfen, ob überhaupt mein Auftrag ausgeführt worden ist, das geht gut mit der TWS, geht mit dem Gateway etwas umständlicher oder teilweise gar nicht. Okay, eine Frage ist da, was ist genau das Gateway oder ein Gateway, wie würde ich das beschreiben, was ist das genau? Das Gateway ist praktisch die Verbindung zwischen Ninja und Interactive Brokers, genauso wie die TWS auch, die auch ihr Interactive Brokers Konto mit einem Drittanbieter verknüpft, das gleiche macht das Gateway, hat aber dazu nicht diese grafischen Möglichkeiten wie die TWS. Das ist eine reine Schnittstelle quasi, eine Schnittstelle ohne irgendwelchen grafischen Schnickschnacken Genau, einfach nur die Schnittstelle, die laufen muss, weil sonst kann sich Ninja nicht mit Interactive Brokers oder CapTrader verbinden, aber wesentlich schlanke ist, das belastet den Computer überhaupt nicht und es lockt sich auch nicht aus. Okay, super, jetzt zum dritten Thema, der Handel mit NinjaTrader. Wie gesagt, haben wir jetzt schon unsere Daten abonniert, wir haben Live-Daten für die Symbole, die wir brauchen, wir haben unseren NinjaTrader so konfiguriert, dass er mit CapTrader kommunizieren kann, jetzt geht es um den Handel. Wo man vom Handel spricht, spricht man typischerweise von zwei verschiedenen Handelsmodellen, einmal den manuellen Handel und ich werde Ihnen in dieser Präsentation den manuellen Handel mit dem ChartTrader als eine Möglichkeit vorstellen. Im NinjaTrader gibt es auch noch andere Möglichkeiten, mit denen wir uns später befassen werden, also hier zunächst mit dem ChartTrader Handel, aber dann gibt es auch noch den automatischen Handel. Was bedeutet das? Also automatischer Handel ist der Handel durch Algorithmen, ja, oder den Robohandel, praktisch ein Algorithmus für Sie, nach Regeln, die Sie definiert haben, Aufträge ausführt, Trades macht oder auch Trades wieder schließt. Das kann in beide Richtungen gehen, das kann Kaufverträge sein oder es können auch Verkäufe sein. Aber zunächst befassen wir uns mit dem manuellen Handel. Gut, mit dem ChartTrader. So, dazu müssen wir erstmal eine Chart im NinjaTrader öffnen und das macht man typischerweise über das Kontrollzentrum, über die Menüoption Neu und dann Chart. Dann öffnet sich ein Dialog und hier geben Sie zunächst einmal das Symbol ein, dass Sie gerne handeln möchten. Ich nehme mein Lieblingsbeispiel IBM, klicken Enter, das Symbol wurde jetzt gefunden und Sie können jetzt eingeben, was ist überhaupt meine Zeitbasis für die Chart, die ich jetzt öffnen möchte. In dem Fall werde ich mal eine 5-Minuten-Chart öffnen und ich sage auch noch, ich möchte mir den Kurs der letzten 50 Tage anzeigen lassen. Insofern Sie jetzt mit dem Markt verbunden sind, das sieht man hier an diesem grünen Punkt und jetzt klicken, OK klicken, wird sich eine Price-Chart öffnen, an dem Bildschirm hier, mit den IBM-Daten, wie man hier sieht. Jetzt kann man natürlich auch sehen, ich habe gestern ein paar Testkäufe und Verkäufe gemacht, die sind hier eingeblendet, also um das mal durchzutesten, aber wir werden jetzt auch mal einen Einkauf selbst durchführen. Um Einkauf durchzuführen über die Chart, muss man zunächst einmal diesen Chart-Trader aktivieren. Das kann man über das Hauptmenü machen in der Chart selbst. Gehen Sie hier zu dieser Chart-Trader-Option, klicken drauf und aktivieren Chart-Trader. Startmäßig ist diese ausgeschaltet, aber ich werde sie jetzt aktivieren. Dann kommt hier rechts so ein Panel auf, mit dem man dann Orders oder Verträge abschließen kann. Gut, in dem Fall sagen wir mal, möchten wir gerne einen Markt- oder einen Testkauf durchführen. am Markt, also mit am Marktpreis. Hier kann man die Stückseite noch eingeben, sagen wir mal 10 Aktien von IBM und wichtig ist es jetzt, dass Sie jetzt unter Konto Ihr CapTrader slash Interactive Brokers Konto auswählen. In jedem Fall ist es mein Konto hier DU 879701 das ist mein Demo-Konto. Das ist auch ganz wichtig, weil standardmäßig ist immer das Simulationskonto im Ninja-Trader ausgewählt. Stellen Sie also sicher, dass dieses hier das richtige Konto ausgewählt worden ist. Okay, so und sobald das ausgewählt worden ist, können wir jetzt einen Testkauf durchführen, wenn man hier einfach mal auf Kaufmarkt zum Beispiel drückt und wenn jetzt alles gut geht, bestätigt man das und ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben, aber ich habe jetzt eine Order-Filled Nachricht bekommen und das können Sie hier sehen im Interactive Brokers in der TWS, dass jetzt 10 Aktien von IBM gekauft worden sind. Das sieht man dann hier. Im Ninja-Trader selbst sieht man diesen Kauf auch, weil diesen Balken von ja, von 10 Orders für diesen Preis praktisch gekauft. Wie gesagt, den haben wir am Markt gekauft, man hat ein bisschen ein bisschen Spread bezahlt und der Einstiegspreis war hier bei 1,40 gewesen. Rechts im Chart hier sieht man auch, wie ist zum Beispiel gerade meine Gewinn-Verlust-Rechnung. Standmäßig wird diese in Punkten angezeigt, was ich persönlich nicht so schön finde. Ja, ich zeige mir die eigentlich lieber in meiner Währung an, also in Euros oder in Dollars. Das kann man aber ändern über die Eigenschaften, indem man hier sagt, okay, ich möchte meinen Gewinn und Verlust nicht in Punkten, sondern in meiner Währung anzeigen lassen. Ja, das finde ich ein bisschen besser und dann wird das praktisch in Dollars angezeigt. Ja, dann kann man sehen, dass ich jetzt gerade bei 10 Aktien 1 Dollar im Minus bin. Wichtig ist aber, dass sich dieser Kauf, den Sie jetzt gerade durchgeführt haben, auch auf Ihrem CapTrader slash Interactive Brokers Konto reflektiert. Ja, das kann man hier sehr schön sehen, im klassischen Modus unter dem Stichpunkt Portfolio, dass ich jetzt 10 Aktien von IBM gekauft habe. Im MUSEIC-Modus ist es ähnlich, also diese andere Ansicht in der Traders Workstation, hier ist dieser Stichpunkt Portfolio hier oben und man sieht hier auch, ich habe jetzt 10 Aktien von IBM für diesen Preis für 140 Dollar gekauft. Gut. Zurück zu Ninja Trader. Man kann natürlich auch den Kauf wieder schließen, indem man hier auf diesen Schließknopf drückt. Sobald das getan worden ist, müsste dieser Kauf dann auch im Interactive Brokers geschlossen worden sein. Sie sehen, ist das der Fall. Ja, meine Position ist jetzt 0. Ich habe praktisch meine Position liquidiert und bin jetzt wieder flat. Das gleiche sieht man auch im klassischen Modus. und der Portfolio IBM 0 Aktien. Gut. So. Gibt es Fragen dazu? Keine Fragen? Okay. Ich vielleicht, Daniel, also ich habe vielleicht noch einen Punkt. Man kann natürlich das Ganze auch auswerten im Ninja Trader. Daniel hat jetzt im Endeffekt Ninja Trader verbunden mit dem Paper-Konto nehme ich an von Cap-Trader. Man kann natürlich auch die ganze Performance, die Trades natürlich auch im Ninja Trader nachvollziehen. Da werden wir auch in zukünftigen Webinaren darauf eingehen. sagt es, man hat man hat natürlich eine komplette Trade-Analyse-Möglichkeit im Ninja Trader trotzdem. Also man hat zwei Möglichkeiten eben hier eben zu handeln. Die elegante ist jetzt hier wie von Daniel gezeigt über das Paper-Konto. Aber man hat trotzdem die Möglichkeit weiterhin seine Trades natürlich auch historisch zu analysieren auch im Ninja Trader. Das wollte ich kurz dazu sagen. Ja, genau. Also in zukünftigen Webinaren gehen wir dann darauf natürlich auch noch ein bisschen ausführlicher ein. Da besprechen wir auch im Detail nochmal diese ganzen Optionen, die man im Ninja Trader hat für das manuelle Handeln, für das teilautomatisierte Schließen von Käufen und Verkäufen und auch das automatische Handeln. Das sind Themen, die wir dann in den nächsten Wochen gemeinsam angehen werden. Okay, so zurück zu meiner Präsentation und ich springe jetzt ein bisschen hier vor, das haben wir jetzt natürlich alles schon durchgegangen und wir brauchen uns das jetzt nicht mehr über die Folien angucken, aber jetzt möchte ich nochmal etwas zum automatischen Handeln sagen. Was wir bis jetzt gemacht haben, war der manuelle Handel. Das heißt, wir haben unsere Orders manuell initiiert beim Drücken dieser Kauf oder Verkäufer diese Knöpfe im Ninja Trader. Das Ganze kann natürlich aber automatisch geschehen über einen Algorithmus. Und diese Algorithmen heißen im Ninja Trader Strategien, Handelsstrategien und im Ninja Trader ist es so, dass um automatisch zu handeln, muss eine Strategie unbedingt auf ein Symbol und einen Timeframe angewendet werden. Das ist eine Vorbedingung dafür. Wie macht man das? Dazu gehen wir jetzt nochmal zurück in unseren Ninja Trader. Sagen wir mal, wir wollen eine Strategie auf die E-Minis, die S&P E-Minis anwenden. Das liegt jetzt hoch. Das ist die Price Chart für die E-Minis und es ist auch die 5-Minuten-Price Chart für die E-Minis. um jetzt eine Strategie anzuwenden auf diese Chart. Ich drücke mal einen Rechtsklick auf die Chart selbst und drücke auf Strategien. Dann öffnet sich ein Dialog, wo die ganzen vorinstallierten Strategien oder auch selbstgebauten Strategien angezeigt werden. In dem Fall werde ich mal diese Beispiel ME-Crossover-Strategie nehmen. Die gibt es standardmäßig mit jeder Ninja Trader-Installation. Wenn man diese aktiviert oder auswählt, kann man rechts die Eigenschaften dieser Strategie einstellen. Nur zum Überblick, was kann man hier einstellen? Man kann zum einen die Strategie-Parameter einstellen, um die Strategie zu optimieren oder zu parametrisieren. Man kann sagen, auf welche Datenreihe möchte ich überhaupt diese Strategie anwenden. In diesem Fall ist die Datenreihe unseres Charts, diese E-Minis auf 5-Minuten-Basis. Dann wählen Sie hier Ihr Konto aus. Wie gesagt, standardmäßig ist immer dieses Simulationskonto ausgewählt. Hier müssen Sie aber Ihr Demokonto oder Ihr Live-Konto von CapTrader auswählen. Dann gehen Sie weiter runter. Um diese Strategie zu aktivieren, müssen Sie unbedingt diesen Knopf drücken aktivieren. Sonst passiert nämlich überhaupt nichts, wenn dieser nicht aktiviert ist. Und dann gibt es noch verschiedene Möglichkeiten, diese Strategie weiter zu konfigurieren und zu entscheiden, wie zum Beispiel Orders abgewickelt werden sollen. Soll mein Trade nach jeder Session automatisch geschlossen werden, zum Beispiel und so weiter. Sobald das dann alles konfiguriert ist, drücken Sie auf OK. Sie kriegen eine Benachrichtigung, dass diese Strategie aktiviert wird. Und wenn alles geklappt hat, sehen Sie dann diese Labels auf Ihrer Chart, die anzeigen, wie hätte denn meine Strategie historisch gesehen im Backtest Trades aufgemacht oder auch wieder geschlossen. Das sieht man hier sehr schön. Das ist ja eine Moving Average Crossover-Strategie, die praktisch Trades ausführt, sobald diese Moving Averages sich überschneiden. Das kann man hier sehr schön sehen. Und wenn man dann interessiert ist, wie viel Geld hätte ich denn theoretisch mit dieser Strategie bis jetzt verdient, könnte man hier auf Strategie-Performance gehen, sich die Strategie auswählen und testen, OK, wie viel Geld hätte ich historisch verdient und man kriegt im Ninja-Trader eine sehr schöne Übersicht dazu. Also hier würde man sehen, dass man theoretisch natürlich mit dieser Strategie einen Nettogewinn von 1550 Dollar gemacht hätte auf diesem speziellen Symbol, das heißt auf diesen Minis und auf dem 5-Minuten-Chart. So, das ist zum Thema, so weit erstmal zum Thema automatische Strategien. Das ist ein Thema, das wir in den nächsten Webinaren, auf das wir in den nächsten Webinaren noch näher eingehen werden. Christoph, wolltest du was sagen? Ich hätte was gehört. Ich wollte mal sagen, es war der Bruttogewinn, nicht der Netto, weil die Gebühren hast du nicht vollkommiert. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, auf den wir natürlich in Zukunft auch eingehen werden. Es waren plus zwei kurze Fragen noch da. Eine Frage, da geht es um Daten von Drittanbietern. Das ist bei Interactive Brokers ein wichtiger Punkt, der immer wieder kommt. CapTrader ist eine super tolle Lösung, hat aber auch, wie gesagt, seine Besonderheiten. Es war eine Frage nach Drittanbietern, wie beispielsweise Taipan, wie Lenz Partner, wie Kinetik, wie das funktioniert. Wir werden das natürlich auch besprechen und in den Beispielen in Zukunft. Wie gesagt, heute mal die Verbindung mit CapTrader selbst und wir werden natürlich in den kommenden Webinaren natürlich auch darauf eingehen, wie man mehrere Broker, wenn man mehrere Broker oder mehrere Datendieferanten benutzen möchte, wie das denn funktioniert. das bloß hier noch als Antwort auf eine Frage. Entschuldigung, die Unterbrechung. Ja, vielleicht noch ganz kurz was dazu. In Interactive ist es natürlich möglich, verschiedene Verbindungen zu definieren, wie Sie zum Beispiel hier auch sehen. Unter meinen Verbindungen habe ich hier wirklich viele verschiedene Verbindungen vordefiniert und je nach meinem Fall nehme ich dann die eine oder die andere. Das ist in Interactive möglich. muss aber für jeden Fall speziell angepasst werden. Okay, so, zurück zu meinen Slides. Wir hatten uns kurz die Strategien, den automatischen Handel angeguckt mit Hilfe einer Strategie als kleinen Preview, was wir dann später in unseren Webinaren erwarten können. Die letzten Punkte, die ich in dieser Präsentation ansprechen möchte, ist die Handelssystemanalyse. Das hatten wir eben schon mal kurz gesehen. Das ist praktisch die Simulation, wie hätte meine Strategie auf meinen historischen Daten performt. In dem Fall jetzt ohne die Trading-Kosten zu berücksichtigen, aber man kriegt trotzdem eine Idee, ob diese Strategie Sinn machen könnte oder nicht, um die automatisch zu handeln. Und bei der Handelssystemanalyse, so wie sie im Ninja Trader vorgegeben ist, wird jeweils nur eine einzige Strategie betrachtet, jeweils angewendet auf ein einziges Symbol und einen einzigen Timeframe. Das ist so ein bisschen ein Nachteil im Ninja Trader selbst, dass man zum Beispiel keine Analyse machen kann, wie hätten jetzt mehrere Strategien gleichzeitig angewendet, sich auf mein Gesamtportfolio ausgewählt. Das besprechen wir jetzt gleich im Anschluss nochmal. Einsatz noch zur traditionellen Handelssystemanalyse. Man kriegt zum einen eine Idee, wie profitabel ist meine Strategie, sie ist aber auch sehr wichtig für die Optimierung meiner Strategie-Parameter. Jede Strategie typischerweise hat eine Reihe von Parametern. Im Falle dieser Moving Average-Strategie, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, wären die Parameter die Perioden dieser Moving Averages. Die können natürlich unterschiedlich gewählt sein und es wird sich herausstellen, dass manche Perioden für ein Symbol einfach besser funktionieren als andere. Das kriegt man über dieses Backtesting, über diese Handelssystemanalyse sehr schön raus. In den zukünftigen Webinaren werden wir noch besprechen, was man dabei beachten muss, wenn man seine Parameter optimiert, um ein sogenanntes Curve-Fitting auszuschließen, eine sogenannte Überoptimierung. Was Ihnen in einen falschen Performance-Daten liefern würde, die nicht realistisch sind. Aber das ist ein Thema für die Zukunft. Das letzte Thema für heute ist ein etwas fortgeschrittenes Thema, das ist die Portfolio-Analyse. Wie eben schon erwähnt, ist die Handelssystemanalyse damit beschäftigt, wie performt eine einzige Strategie angewendet auf ein einziges Symbol. Die Portfolio-Analyse betrachtet im Gegensatz dazu, wie performen mehrere Strategien angewendet auf eine Vielzahl von Symbolen und auf verschiedenen Timeframes zusammen als Kombination in meinem Portfolio. Die Portfolio-Analyse ist sehr wichtig, um sein Portfolio selbst zu optimieren. Das kann ja verschiedene Strategien zum Beispiel beinhalten, angewendet auf verschiedene Symbolen und ist auch sehr wichtig für die Gewichtung meiner Einzelstrategien innerhalb des Portfolios. Ich möchte natürlich sicherstellen, dass keine einzige Strategie alle anderen überpower hat, dass sie zu groß handelt, sodass praktisch alle, ja, dass der Hauptteil von dieser einen Strategie gemacht wird, aber die anderen Strategien praktisch gar nicht zu sagen haben. Das ist kein ausgeglichenes Portfolio. Leider wird diese Portfolio-Analyse aber nicht direkt von Ninja Trader unterstützt. Man muss hier auf Drittanbieter zurückschließen oder zurückkommen und ein so ein Drittanbieter ist Trustfolio, mit dem diese Portfolio-Analyse eigentlich sehr schön funktioniert und das möchte ich Ihnen hier einmal vorstellen. So, Portfolio, Trustfolio ist ein Tool gemacht für diese Portfolio-Analyse und da kann man mit Trustfolio kann man analysieren, wie performen meine Strategien in Kombination als Teil eines Portfolios. und ich habe Ihnen eine kleine Demo dazu vorbereitet. Das ist die Benutzeroberfläche von Trustfolio und hier sieht man zum Beispiel verschiedene Performance-Daten unserer Einzelstrategien zum Beispiel angewendet auf Aktien Apple, IBM und Caterpillar zum Beispiel oder auch auf Futures und jede Strategie kann natürlich einzeln betrachtet werden aber oftmals ist es sinnvoll herauszufinden zu kriegen wie hätten alle diese sechs Strategien zusammen performt und hier kommt die Portfolio-Analyse ins Spiel man kann praktisch diese ganzen Strategien auf einmal auswählen als Teil meines Master-Portfolios und wir dann hier sehen wie viel Gewinn oder Verlust hätte ich dann praktisch mit allen Strategien über meinem Testzeitraum gemacht wie hätte sich meine Equity entwickelt wie man meinen Drawdown über alle Strategien gleichzeitig betrachtet über den Testzeitraum hinweg wie viel Geld hätte ich jährlich monatlich verdient welche Tage der Woche sind mehr profitabel als andere oder in welcher Handelsstunde hätte ich mehr verdient hier sieht man die Handelsstunden das sind alles US-Aktien sind im Nachmittag weil der US-Markt ja auch erst im Nachmittag deutscher Zeit öffnet man sieht zum Beispiel dass man in der ersten Handelsstunde nicht so sehr gut performt hätte als Gesamtportfolio dafür aber umso besser in den Abendstunden des US-Marktes oder in den Mittagsstunden des US-Marktes was auch noch interessant ist in diesem Tool ist dass man kann sich Teilportfolios anzeigen lassen jetzt haben wir mal die Gesamtsicht gesehen des Masterportfolios wo alle 6 Strategien drin sind man ist vielleicht aber auch interessiert wie zum Beispiel wir haben unsere 3 Aktienstrategien funktioniert auf Apple, IBM und Keterpillar angewendet dann kann man hier auf dieses Portfolio klicken in dem jetzt nur diese 3 Strategien drin sind und man sieht wie diese 3 Strategien zusammen performt hätten zusammen mit all den Kenndaten die Sie auch vom Ninja Trader kennenlernen werden oder möchte sich vielleicht angucken wie hätten meine 3 Futures Strategien zusammen performt dann kann man hier auf dieses Futures Portfolio klicken und sehen und sich das Portfolio dieser Futures Strategien angucken gut soviel dazu ich werde Ihnen dieses Tool dann auch in zukünftigen Webinaren nochmal vorstellen wenn es darum geht sich im Detail mit der Handelssystemanalyse und der Portfolioanalyse auseinanderzusetzen ich habe vielleicht hier noch einen Satz dazu das ist wirklich ein Tool worauf ich wirklich gewartet habe dass sowas rauskommt da gibt es nämlich international eigentlich sehr sehr wenig leider da gab es vor ein paar Jahren mal ein Tool das habe ich damals auch gekauft wird leider nicht mehr supportet also aus dem Grund ist wirklich Verlässlichkeit eines Anbieters auch unglaublich wichtig ja genau also wie gesagt wenn jemand systematisch handelt man möchte nicht unbedingt eine Strategie handeln und sich da ausliefern also das ist ja meines Erachtens wie an jedem ja man steht ja nicht auch nur auf einem Bein sondern mindestens zwei oder idealerweise mehr und mit so einem Portfolioanalyse Tool kann man das eben auswerten also wie gesagt womöglich schaut euch das an oder überdenkt das zumindest der Daniel Sinek hat sowas gebaut meines Erachtens wirklich ja eine wichtige Geschichte genau genau vielen Dank ja bei Interesse ist das Tool über unsere Website natürlich auch käuflich haltbar gut so zum Schluss ja was können Sie jetzt für die Zukunft von uns erwarten jetzt haben wir so eine kleine Sektion wünsch dir was aufgebaut so aber bevor wir darauf eingehen unsere drei Webinare die jetzt schon mal feststehen am 21. Mai sprechen wir über das Backtesting von Strategien mit Hilfe der Handelssystemanalyse und hier werden wir auch nochmal auf die Portfolioanalyse eingehen am 11. Juni dann die das eigentliche Bauen von automatischen Strategien nach Ihren Kriterien mit dem ja Ninja Trader Strategie Baukasten ja was Ihnen ermöglicht selbst wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben sollten Ihre eigenen Strategien zu verwirklichen und am 2. Juli sprechen wir über den Market Scanner ja wo Sie dann verschiedene Symbole auf einmal durchscannen können für potenzielle Trade Setups gut das sind die drei Webinare die feststehen wir sind dann aber noch nicht fertig weil wir würden gerne auch noch auf weitere Themen eingehen aber das es wäre schön wenn Sie auch Ihre Kommentare dazu abgeben würden ja was interessiert Sie welche Themen hätten Sie gerne behandelt gibt es irgendwelche Ansätze die Sie vielleicht weiter vertiefen würden gibt es Strategien die Sie vielleicht näher begutachten möchten und so weiter wenn Sie Vorschläge haben rechnen Sie bitte über unsere Webseite an www.blackcherryinvest.com unter Kontakt und schreiben Sie uns einfach ja welche Themen Sie behandelt werden möchten wir werten das dann aus und werden den zukünftigen Webinarplan danach richten gut ich hoffe es hat Ihnen gefallen und ich freue mich schon auf das nächste Webinar Christoph willst du noch was sagen ja genau ich wollte noch was sagen im Grunde ist es so dass wir eben als Wecap Trader wie gesagt wirklich da auch was aufbauen möchten eben weil eben doch viele Fragen weil es viele Fragen gibt bezüglich Niner Trader aber auch automatisierten Handel und ich denke das ist eine gute Möglichkeit eben jetzt auch hier für euch liebe Community dass ihr eben auch hier aktiv werdet ihr habt jetzt hier wirklich einen Spezialisten an der Hand der euch da wirklich auch weiterhelfen kann und aus dem Grund gefällt mir jetzt ehrlich so diese letzte ja dieser letzte Slide gefällt mir besonders gut wenn ich ehrlich bin werdet wirklich aktiv wenn ihr Wünsche habt ja dann bitte nutzt das kontaktiert Daniel und sein Team eben aus dem Grund ja ihr könnt dazulernen ja und im Endeffekt bringt das jedem glaube ich meines Erachtens was wie gesagt weitere Webinare sind in Planung wir haben jetzt hier mal drei Webinare mit dem Daniel Sinek und Cap Trader weitergeplant werden natürlich weiterhin alle drei Wochen dann auch Fortwerlauf und weitere Webinare kommen wie gesagt ich kann euch nur suchen bitte nutzt das werdet aktiv schreibt eure Fragen weil im Endeffekt hat jeder was davon und das ist glaube ich das mit was ich euch zumindest entlassen möchte vielleicht hat Christian Weiser noch ein paar Punkte die er ansprechen möchte ich sage werdet aktiv und lasst euch nicht nur berieseln sondern eben ja redet mit den Referenten in dem Fall habt ihr einen da der hat das wirklich beherrscht bis ins FF auch die Programmierung und genau nutzt das aus und vielleicht Andreas hast du noch einen Punkt den wir noch abschließend besprechen könnten oder vielleicht hast du noch ja Christoph ja viel Dank auch an Dr. Daniel Sinek für den super interessanten Vortrag also ich sage mal die Chance sollte man schon mal nutzen wenn sie jetzt so eine Möglichkeit haben wirklich auch mal ihre eigenen Ideen oder Fragen loszuwerden sodass wir dann diese Themen auch aufgreifen können also das bekommt man ja auch nicht so häufig geboten und ja da steckt natürlich dann auch immer Arbeit dahinter aber das machen wir gerne für sie und deswegen bieten wir das auch an ja für besonders sie als CapTrader-Kunde und Interessent können sie das gerne loswerden ja also wir freuen uns immer wenn ein paar neue Themen dazukommen und gerade was so Strategieentwicklung und Backtesting angeht ist natürlich auch eine Wissenschaft für sich da muss man auch aufpassen wie man das macht ja dass man da nicht irgendwelche Systeme einfach überoptimiert und so weiter und so fort aber da gehen wir in den nächsten Webinaren natürlich drauf ein um das dann genauer zu beleuchten ja ich darf mich nur bedanken ähm für diesen interessanten Start jetzt in diese Reihe und ja wie gesagt das Webinar ist aufgezeichnet wir werden das dann auch online stellen und für diejenigen die jetzt nicht dabei sein konnten ähm oder die sich das Ganze nochmal in Ruhe anschauen wollen haben sie natürlich dazu die Möglichkeit ein Punkt habe ich vielleicht noch äh Christian wir haben der Daniel hat ja auch ein PDF vorbereitet wo man das Ganze nochmal nachvollziehen kann ja ich meine heute lebt ja jeder oder das Internet im Trading Bereich man lebt ja mehr oder weniger von YouTube ähm Daniel hat im Endeffekt noch ein PDF von den Slides vorbereitet wenn sich das einer mal in Ruhe ihr PDF anschauen möchte ähm dann glaube ich dann werden wir euch den Teilnehmern oder den ähm Anmeldungen auch irgendwie dieses PDF zukommen ansonsten ähm ja Decke soll das irgendwie möglich sein und äh ja genau das war's von mir genau vielen Dank genau ansonsten im Nachgang gerne auch Fragen äh noch an uns direkt Info at CapTrader dann können wir die gerne auch weitergeben oder halt über das Kontaktformular wie wir es gerade jetzt noch eingeblendet sehen äh je nachdem um was es dann genau geht äh ansonsten stehen wir Ihnen gern zur Verfügung und ja freue ich mich auch auf das nächste Mal schöne Grüße nach Kanada und nach München und äh ja ich sag ich freue mich aufs nächste Mal danke schönen Abend gute Trades guten Abend ciao